So, wir haben es gleich. Das ist jetzt auch noch ein Reh. So, ich baue eben. Ne, das macht der 7, ne? Ach so, Bretter muss ich auch noch machen. Warte mal. Dann muss ich aber zuerst einmal ins Materiallager. Ja, hast du doch. Ich habe dich doch zusammengepackt mit jemandem. Also, wir brauchen die Bretter, wir brauchen die Stämme und die Stöcker. Ich sage euch was. Ich stelle das um. Ich sage ihm nämlich nicht, dass er selber Bretter bauen soll, sondern wir machen das. Das geht dann besser. Ähm, Verwaltung. Das, Gewinnung, zack. Holzschuppen. Wir machen Brennholz runter komplett. Wir machen nur, dass er Holzstämme sammeln soll und Stöcke. Weil wir können den anderen Scheiß selbst machen. 25. Okay, so, lassen wir das. Ähm, Grabungsschuppen. Wir brauchen natürlich Stein. Aber Ton ist eigentlich sehr viel wichtiger. Hm. Ton werden wir richtig viel brauchen später. Ich mache mal 50%. Und Kalkstein brauchen wir auch. Machen wir mal 30. Strom machen wir 5. Das ist einfach, was da ist. Und davon machen wir... Ja, Kupfererz ist eigentlich nicht so wichtig, sage ich euch ganz ehrlich. Das können wir auch selber abbauen. Ich mache mal lieber die Steine hier noch ein bisschen hoch. Die werden wir vor allen Dingen am Anfang brauchen. So, Brunnen ist eingestellt gewesen, ne? Okay, ich baue jetzt mal ein paar Brettchen, damit wir das Dach gleich zu Ende bekommen. So, Bretter. Machen wir mal 14. Das ist ja immer 14 Mal so und so viele Bretter, weil wir kriegen aus einem Holzstamm mehrere. Siehst du, da haben wir jetzt... Äh... Ne, doch. Doch, 34 haben wir gekriegt. Guck. Also haben wir insgesamt... 20 haben wir gekriegt. Also das Doppelte. Wir kriegen zwei Bretter raus. So. Wir beeilen uns. Zack. Gut, ich reicht's. Nein, es reichen die Bretter nicht. Wunderbar, dann kann ich nochmal rennen. Ich brauche acht Bretter. Ja, kriegst du gleich. Ähm, viermal. Geht sofort los, Bruder. Geht sofort los. Chill. Du kriegst auch eins von den guten Häusern. Fertig. Okay. So, dann können die jetzt hier einziehen. Verwaltung. Manfred. Manfred. Einfaches kleines Haus. Und er arbeitet... Ne, ich will den später da in einem Grabungsschub machen. Dann die Milena. Die wird auch da wohnen. Und die kann meinetwegen als Handwerker arbeiten in der Werkstatt. Ähm, als Handwerker in der Werkstatt. Was produzieren wir denn? Ähm... Könnte Eimer machen. Sie könnte Schalen machen. Was braucht sie dafür? Stämme. Ich will irgendwas zum Verkaufen haben. Wir werden jetzt Ton ranholen, aber das können die hier noch nicht machen. Hier gibt eine Tonvase. Mit Blümchen. Okay, und Tonvasen, können sie die hier machen? Einfach nur Tonvase geht nicht? Warum kann man denn dann Tonvasen mit Blumen machen, wenn man keine Tonvasen machen kann? Hier steht Kosten-Tonvase. Aber nur die Tonvase? Woher? Schöpfkelle, Deko-Gegenstände. Ja, ich sehe jetzt nicht, was die alle wert sind. Jetzt ist eine Fiole, die sind aus Brettern. Was soll ich dir sagen, ey? Ganz ehrlich. Hm. Ja, dann soll die mal lieber Teller machen. Stämmen. Ach, die ist gesperrt. Ich muss... Warte. Technologie. Werkstatt. Hier, Teller. Erworben. Brauchen wir eh. Küche. Schmiede. Ja, in der Schmiede werden wir auf jeden Fall was freischalten müssen. Scheune, Mehl, bla bla bla. Sagt, Hütte, Speerbogen, Pfeile. Schalte, okay. Ich gucke nur einmal durch hier. Hütte, Baumstumpf, Abtritt. Was ist das denn? Ein Möbel von ästhetischem Wert. Ist das so eine Latrine? Äh... Okay, cool. Was gibt es hier noch? Warte, eine Truhe kann man auch. Einfach erweitert Torbogen. Okay. So ein Topf aus Ton, Torbogen. Ich schaue mir das mal kurz ein bisschen an hier. Okay. Glockenfall. Okay, okay. Okay. Da kommt man ja kaum noch was. Okay. Tonvase. Guck mal, das kommt erstmal mit Werkstatt 2. Warum kann ich das dann in Werkstatt 1 bauen? Macht nicht viel Sinn, ne? Schenke. Okay. Ja, gut. Ähm... Mache ich das eben schnell fertig? Ich weiß nicht, ob es reicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Tut es nicht. Okay. Ähm... Ja, mache ich dann jetzt... Ich habe keinen Bock jetzt rumzurennen und die ganze Zeit... für die, das zu sammeln. Ich würde eher lieber gucken, dass ich anderen Kram mache. Die sollen ruhig mal den... das Holz alleine hier ranschaffen. Ich würde das dann immer rausnehmen. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach schlafen. Bis zum nächsten Tag. Und weiter geht's. Okay. Also. Wir sind wach. Secrets, Bruder. Hä? Cool. Okay, das sieht aber nicht aus wie Coolfelder. Kann das sein, dass das ein bisschen buggy ist? Ähm... Genau, ich wollte jetzt erstmal auch das Feld bestellen da hinten, ne? Achso, Apfelbaumsatz, den können wir jetzt auch, ne? Dann ist er drin. Und wir brauchen die. Ist gedüngt? Okay, sehr gut. Und... Ein bisschen Kohl im eigenen Garten. Nee. Okay. Yo, Mo... Ich könnte schon mal ein bisschen layouten, das könnte ich. Also der Grabungsschuppen, der bleibt ja, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es ja nicht Grabungsschuppen 1, sondern es gibt nur einen Grabungsschuppen. Das heißt also, der wird bleiben, Holzschuppen wird nicht bleiben, das wird auch nicht bleiben und die Schmiede wahrscheinlich auch nicht. Gucken wir mal. Ist die Schmiede da. Ja, die ist halt auch weiterentwickelbar, ich würde auch sagen, wir machen eine Schmiede. Aber die kommt dann jetzt erstmal da zu dieser Ecke hier. Das sind die Gebäude, die einfach kreuz und quer ich irgendwo hinstelle, wo es gerade passt, weil die sind, die werden ersetzt, ne? Das ist einfach nur sieben. So. Stein, okay. Moment, Holzstämme, okay. Ähm, da müssen wir dann wieder mehr Stämme besorgen. Ist leider ein bisschen mühselig am Anfang. This is what greed can bring us to. We don't want to part with our possessions, even when they are far too heavy to bear. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt einfach mal in Richtung Klonika. Warte, ich guck mal eben. Die Karte ist ja noch ein bisschen größer. Aber es sind trotzdem die einzigen Städtchen so. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir da hin. Und auf dem Weg versuchen wir mal ein paar... Warte, ich schaue nochmal nach, was wir alles... Oh, Fertigkeiten. Hier. Überleben wieder. Das hatten wir gemacht. Stark wie eine Eiche wollte ich haben, ne? Machen wir das. Gut, dritter Punkt geht nicht. Achso, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Tagebuch hier. Was müssen wir machen? Zwei Wölfe, noch vier Dachse. Ein paar Wurfsteine, wo ich die auch immer herkriegen möchte. Ähm, Dachsfett abgeben. Oder das Heilmittel eben. Den Kirschsaft haben wir auch. Und die Situation im Auge behalten, ja, das kriegen wir hin. Wir wissen, was wir machen. Oh nein, da ist noch Belsenkraut. Keine großen Tierchen, die wir jagen können. Ein bisschen mitnehmen. Das wird eh nicht halten, bis wir eine Schenke haben. Aber egal, wir schaffen das schon auch so, uns ein bisschen wenigstens von den Bären zu ernähren. Müssen wir jetzt auch sogar. Ich guck mal, was es hier hat am Verfallsdatum. Die Morcheln. Wir werden wahrscheinlich auch keine Eier kriegen, bis die nicht abgelaufen sind. Komplett. Deswegen machen wir das jetzt so. Und weil wir jetzt vergiftet sind, essen wir Johanniskraut. Okay, das war's. Mehr geht nicht. Jetzt sind wir ein bisschen vergiftet. Ist aber okay. Habe ich jetzt den Kirschtaft gesoffen? Hoffentlich nicht. Nee, okay. Ach, würde schon sagen. Oh. Da waren jetzt... Doch, da waren Bären. Wollte ich das machen? Oh, das sind Wölfe. Wollte ich den Kirschtaft getötet. Oh, die haben einen Hirschkalb getötet. Oh, die haben einen Hirschkalb getötet. Das ist traurig. Oh nein, die haben ja hier richtig rumgeraget. Guck dir das an. Oh nein. hier sind ganz viele kälber wir nehmen natürlich mit nicht verschwenden die in der hill oder außerhalb ich weiß nicht ob das so schlau war hier rein zu gehen ok warte also hier drin ist es scheinen keine zu sein wollen wir uns angreifen oder nicht nicht getroffen jetzt natürlich jetzt natürlich jetzt ok die wölfe haben wir das war ein bisschen heavy aber gut wir haben es ok wo sind die pfeile da ok so jetzt gucke ich mal eben schnell ob ich eine spitzhacke habe stein spitzhacke und auch nicht stein spitzhacke gucken wir auch die hatten wir sogar schon noch ok gut dann wir sollten mal welche machen ihr wisst stein spitzhacke ach kann ich nicht habe keine stämme dann muss ich erstmal ein bisschen und abholzen. Super nervig. Oh, halt, ne? Ist alles so schön. Huch. Hi. Wieder eine Truhe. Hat da was gegrunzt? So ist ein Luchs. Alles klar. Eine Schaufel und Kirschen. Guck mal. Und Leder. Wunderbar. Überleben. Wieder hoch. Gucken wir mal, dass wir wieder verteilen. Ach nee, haben wir keine Punkte bekommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier packen soll. Ich nehme jetzt einfach das hier. Keine Ahnung. Ja, ne? Brauchst du wohl. Nur zwei Stämme? Okay. Okay, meinetwegen egal. Ich brauche ja nur ein bisschen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Dann wird hier hackt. Ja, ich weiß. Machen wir eben. Warte. Ähm, hier. Bären. So, muss reichen. Was kann ich euch denn sonst so erzählen? Ja, diese Minen, äh, Abarbeitungsdinger sind immer ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen hier am Anfang. Für uns. Ähm. Was für ein Thema können wir denn machen? Ja, ich glaube nicht, dass es lange hält, ich muss ihn hacken. Ich werde da nicht weit kommen. Außerdem haben wir noch kaum Ausdauer und so. Und wir müssen ja viel öfter draufhauen mit der Steinspitze. Ich meine, da ist noch was anderes drin versteckt jetzt, außer, dass diese ganzen Kälber hier lagen. Ich meine, wir können ja einmal komplett durchgehen, auch wenn ich es jetzt nicht schaffe, alles abzubauen. Ich meine, wir können ja nicht schaffe, alles abzubauen.